Ob gross oder klein, ob jung oder alt, es spielt bei den Around the Bodensee Cleanups keine Rolle. Jede helfende Hand ist gefragt. Gemeinsam räumen wir den Müll in der Natur um den ganzen Bodensee auf, in einem Zeitraum von etwa einem Monat. Bist du diesen Herbst auch mit dabei? Auch Schulen, Kindergärten oder andere Gruppen dürfen sich gerne anmelden. Es macht Spaß, Gutes zu tun. Das garantieren wir euch. Eingtee Jeeeeeeey! Jeeeeeeey!